Ich bin neugierig, ob es hier Menschen gibt mit einzigartigen Fähigkeiten. Das war die Frage. Gibt es jemanden? Löffel sprechen. Löffel, was ist das? Ja, na warte, du leuchttest, du hast alle auch. Ich will nicht. Weide, will er raus? Will er warm, will er hause wehen? Kennt ihr Gabelsprache? Es gibt ja auch Gabelsprache. Einfach leise sein. Ich kann rückwärts sprechen. Ich kann jedes Wort auf der Welt rückwärts sprechen. Juliana. Anaylutsch. Jetzt. Ich meine natürlich, will er wie, will er wo, will er wahr? Will er jetzt?